Hallo Freunde, ich begrüße euch, der NRW über 18 hier und ja, herzlich willkommen zum vorletzten Mal bei Let's Christmas. Wir öffnen heute das 23. Türchen, denn wir haben heute den 23. Dezember und ja, morgen ist Heiligabend und dann ist alles vorbei. Ich meine, gut, dann fängt erst Weihnachten an, aber dann ist hier alles vorbei. Und ja, ich habe euch für morgen auch eine kleine Überraschung vorbereitet, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Und Calvin, mein kleiner Schnucki-Wutzi, ja, ich habe dein Video schon gesehen und ja, es gefällt mir. Ich hoffe, oder ja, vielleicht bekomme ich morgen nicht so viel Milka-Schokolade, aber naja, wir werden sehen, wie viel. Also, doch, morgen, ja, morgen. So Freunde, ich möchte euch jetzt nicht lange auf die Koller spannen, denn wir legen direkt los mit dem 23. Türchen, das ist jetzt hier relativ einfach zu finden, nämlich hier unten, weil das 24. ist da, das öffnen wir morgen, da geht es auf und drin ist, oh, ein Motorrad, das war das Motorrad. Ja, und als Bill ist es ein Hund mit einem Schlitten. So, und das ist das zugehörige Motorrad, passt natürlich wie Faust auf Auge zum Schlitten. Und, ja, mit Belum. Lecker. Nicht mal ein Frühstück, aber trotzdem lecker. Was werde ich das vermissen? Ja, Freunde, das war das vorletzte Mal der Milka-Kalender. Ja, ich kann ja so von oben rein blinzeln. Ich könnte ahnen, entweder ist es ein Tannenbaum oder es ist ein Weihnachtsmann. Aber ich lasse mich überraschen, was es ist. Das sehen wir dann morgen. So, ähm, das. Dann kommt der DB-Kalender, 23. Ja, wie gesagt, hier drauf sind die Zahlen sehr viel besser zu lesen als sonst wo. Ah, ne Lok. Ne Lokomopuffpuff. Und hier ist die 24. Sehr lecker, die Lok. So, das ist das. Und das ist das. Ist da richtig rum, ja. So, Freunde. Das war's von mir an dieser Stelle. Wie gesagt, morgen sehen wir uns dann leider zum letzten Mal bei Let's Christmas. Aber ich denke mal, es wird im nächsten Jahr wieder stattfinden. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir uns dann im nächsten Jahr zuletzt Christmas wiedersehen. Ich habe gerade eben Runaway Road Adventure. Runaway Road Adventure. Da kann man schon fast ein Rap draus machen. Runaway Road Adventure. Egal. Angefangen, das ist gerade am Laden. Und kommt also gleich online. Dann habe ich noch ein anderes Let's Play vorbereitet. Das wird vielleicht morgen starten. Ja, also ich denke mal, über die Feiertage seid ihr gut versorgt. Ich für meinen Teil werde zwar mal arbeiten gehen dürfen, aber naja. Einer muss euch ja schließlich zu den Familien bringen und dann wieder zurück. Eine Letztinfo wird jetzt auch noch kommen, irgendwann die Tage. Und dann seid ihr auch hier wieder auf dem neuesten Stand. So, Freunde. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen 23. Dezember. Kommt gut nachher nach Hause. Feiert schön mit euren Lieben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum heiligen Abend. Zum heiligen Let's Christmas. Und ich freue mich schon drauf. Also, bis morgen. Dann enden wir über 18. Adieu. Und wir gehen. Vielen Dank.